Achtes Kapitel Von der Liebe zu Jesu Christum Erster Punkt Wie sehr wir verpflichtet sind, Jesum Christum zu lieben 1. Eine christliche Seele muss hier auf Erden nichts anderes wollen, als ihren liebevollen Heiland Jesum Christum von ganzem Herzen zu lieben. Das erste und vornehmste Gebot, welches uns der Herr auferlegt, besteht darin, dass wir ihn von ganzem Herzen lieben. Zitat Du sollst den Herrn, deinen Gott, von deinem ganzen Herzen lieben. Deuteronomium 10, 12 Weil Gott uns so innig liebt, so will er auch, dass wir ihn sehr lieb haben. Und deshalb verlangt er so dringend unsere Liebe und will unser ganzes Herz besitzen. Zitat Mein Sohn, schenke mir dein Herz. Buch der Sprüche 23, 26 Weshalb Moses ausruft, Zitat Was fordert der Herr, dein Gott, von dir, als dass du ihn liebest und aus deinem ganzen Herzen ihm dienest? Deuteronomium 10, 12 Gott verspricht uns, dass er selbst unser Lohn sein wolle, wenn wir ihn lieben. Zitat Ich bin dein Schutz und ein sehr großer Lohn. Genesis 15, 1 Die Fürsten dieser Welt belohnen, ihre treuen Untertanen mit Ländereien, Ehrenstellen und Lehngütern, aber unser Gott schenkt dem, der ihn liebt, nichts Geringeres als sich selbst. Aber wenn unsere Liebe auch keinen anderen Lohn zu erwarten hätte, so sollte es uns doch schon genügen, zu wissen, dass Gott denjenigen lieb hat, welcher ihn liebt. Gott versichert an so vielen Stellen der Heiligen Schrift, dass er alle diejenigen liebe, welche ihn lieben. Zitat Ich liebe, die mich lieben. Buch der Sprüche 8, 17 Und der Heilige Geist sagt an einem anderen Orte, Zitat Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Erster Brief des Johannes 4, 6 Ja, Jesus Christus verspricht uns, Zitat Wer mich liebet, der wird von meinem Vater geliebt werden, und ich werde ihn auch lieben. Johannes 14, 21 So besteht denn unsere ganze Vollkommenheit in der Liebe Gottes, denn die Liebe allein ist jene Tugend, welche uns nach dem Ausspruch des heiligen Augustin mit Gott vereinigt. Die Liebe ist das Band, welches uns mit Gott verbindet. Alle übrigen Tugenden nützen uns nichts für die Ewigkeit, wenn die Liebe sie nicht begleitet. Hingegen für die Liebe, alle anderen Tugenden mit sich, denn sie ist, nach dem heiligen Paulus, geduldig, gütig. Sie bläht sich nicht auf, sie ist nicht ehrgeizig, sie sucht nicht ihren Vorteil, nein, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erträgt alles. Erster Brief an die Korinther, 13, 4 Die Liebe, sagt derselbe Apostel, ist die Erfüllung des Gesetzes, Römer 13, 10 Weshalb der heilige Augustin ausruft, Liebe, und dann tue, was du willst. Wer jemanden liebt, der hütet sich wohl, ihm auch nur im Geringsten zu missfallen. Er ist im Gegenteil nur darauf bedacht, alles zu tun, was demselben Freude machen kann. Und daher kommt es, dass, wer Gott liebt, die geringste Beleidigung desselben mehr fürchtet, als den Tod selbst, und bemüht ist, Gott zu gefallen, wo er nur kann. 3 Du musst dir auch noch merken, geliebte Seele, dass die vollkommene Liebe darin besteht, Gott wegen seiner selbst zu lieben. Liebt man Gott, weil man in ihm seine eigene Glückseligkeit findet, so ist dieses eine eigennützige Liebe, die eigentlich nicht zur Liebe, sondern zur Hoffnung gehört. Wer aber Gott um seiner selbst willen liebt, weil er die unendliche Güte ist, dessen Liebe ist eine wohlwollende Liebe, welche die wahre Liebe Gottes ist. Übrigens ist die Hoffnung der vollkommenen Liebe keineswegs hinderlich oder gar entgegengesetzt, denn der Irrtum des Bischofs von Cambray, welcher einen Stand der Liebe annahm, der alle Hoffnung ausschließt, ist von der Heiligen Kirche verworfen worden. Wir lieben Gott, weil er es um seiner selbst willen verdient, und wir würden ihn auch lieben, selbst wenn keine Belohnung zu erwarten wäre. Da wir aber sehen, dass Gott uns dieselbe erteilen will, ja, dass er uns sogar befiehlt, dieselbe zu hoffen, so ist es unsere Pflicht, diesen Lohn zu hoffen und danach zu verlangen. Überdies ist die Begierde nach dem Himmel, um Gott zu besitzen und ihn dort auf vollkommene Weise zu lieben, eine wahre und vollkommene Liebe Gottes, denn in der ewigen Glorie erlangt die Liebe Gottes ihre Vollendung. Da liebt die Seele, sich selbst vergessend und von aller Eigenliebe befreit, ihren Gott aus allen Kräften und mit der reinsten Liebe, weshalb es von den Seligen heißt, dass sie sich im Himmel glückselig in Gott verlieren. 4. Wenn man uns sagte, dass in einem gewissen Lande ein schöner, heiliger, gelehrter, freundlicher und mitleidiger Fürst zu finden wäre, so würden wir denselben ganz gewiss bloß deshalb liebhaben, wenn er uns auch nie die geringste Wohltat erwiesen hätte. 5. Wie dürfte man aber wohl diese Eigenschaften eines so guten Fürsten mit den Vollkommenheiten Gottes vergleichen wollen? 5. Gott besitzt alle Vollkommenheiten und er besitzt sie auf eine unendliche Weise. 6. Gott besitzt alle Gaben und alle Schönheit, sodass er alle unsere Liebe verdient. 7. Er ist die unendliche Güte, die unendliche Schönheit, die unendliche Weisheit, die unendliche Barmherzigkeit. 7. Schon um dieser seiner Güte willen verdient er unsere ganze Liebe. Man erzählt folgendes im Leben der Altväter. 8. Es lebten einst zwei Mönche in der Wüste, welche leibliche Brüder waren. 9. Da gab eines Tages der Teufel dem einen den Gedanken ein, dass sein Bruder von Gott verworfen sei. 10. Der einfällige Bruder glaubte es und ward deshalb sehr betrübt. 11. Eines Tages fragte ihn der andere, warum er denn so traurig sei, worauf ihm jener die vermeinte Offenbarung erzählte. 11. Darauf antwortete sein Bruder ganz demütig. 12. Gott sei gepriesen, wenn es also sein heiligster Wille ist. 13. Aber desungeachtet will ich ihn in diesem Leben noch so innig lieben, als ich es nur vermag. 14. Denn ich liebe ihn weder aus Furcht vor der Hölle noch aus Hoffnung, dereinst in den Himmel zu kommen, sondern bloß deshalb, weil er über alles geliebt zu werden verdient. 15. In der folgenden Nacht erschien ein Engel dem betrogenen Bruder und offenbarte ihm, dass sein Bruder unter die Zahl der Auserwählten eingeschrieben sei. 15. Wir müssen also Gott um seiner Selbstwillen lieben. 16. Wenigstens sollten wir ihn aus Dankbarkeit lieben, wenn wir bedenken, welche große Liebe er zu uns getragen hat. 16. Wenn man auch die Liebe aller Menschen, aller Engel und aller Seligen vereinigte, so würde man dennoch nicht den geringsten Teil jener Liebe besitzen, die Gott zu einer einzigen Seele trägt. 17. Der heilige Johannes Chrysostomus sagt, Gott liebe uns mehr, als wir uns selbst lieben. 18. Ich, sagt Gott selbst zu einem jeden von uns, ich habe dich von Ewigkeit her geliebt. 18. Und allein aus Liebe habe ich dich aus dem Nichts hervorgezogen und dich in diese Welt gesetzt. 19. Mit ewiger Liebe liebe ich dich. Jeremia 31,8 Die ersten, welche uns hier auf Erden geliebt haben, waren unsere Eltern. Aber sie haben uns nicht eher geliebt, als sie uns kannten. Gott hingegen liebte uns, ehe wir noch das Dasein erhalten hatten. Unsere Eltern waren noch nicht in der Welt und Gott liebte uns schon. Ja, die Welt war noch nicht erschaffen und Gott liebte uns schon. Wie lange Zeit vor der Erschaffung der Welt hat Gott uns schon geliebt? Etwa tausend Jahre oder tausend Jahrhunderte zuvor? Es ist nicht nötig, Jahre und Jahrhunderte zu verdoppeln, denn wir wissen, dass Gott uns von Ewigkeit her geliebt hat, sodass er uns geliebt hat, solange er Gott ist. Solange er sich selbst geliebt, solange hat er auch uns geliebt. Darum hatte die heilige Agnes recht, wenn sie dem, welcher ihr Heiratsanträge machte, antwortete, Ein anderer Liebhaber ist dir zuvor gekommen. Als die Welt und die Geschöpfe nach ihrer Liebe verlangten, antwortete sie, Nein, o Welt, nein, Geschöpfe, ich kann euch nicht lieben, denn mein Gott hat mich zuerst geliebt und deshalb ist es billig, dass ich ihm allein mein ganzes Herz zum Opfer bringe. 6. So hat denn also Gott, seitdem er Gott ist, uns geliebt. Er hat uns bloß aus Liebe, aus dem Nichts hervorgezogen und uns unter so vielen Geschöpfen, die er hätte erschaffen können, die er aber niemals erschaffen wird, auserwählt und in diese Welt gesetzt. Aus Liebe zu den von ihm so innig geliebten Seelen hat Gott auch noch so viele andere schöne Geschöpfe, den Himmel, die Planeten, Berge, Quellen und alles andere, was sich auf Erden befindet, erschaffen. Es genügte indes seiner Liebe noch nicht, uns bloß diese Geschöpfe zu schenken, wenn er nicht auch sich selbst uns schenken konnte. Und deshalb, weil er uns liebte, hat er sich selbst für uns hingegeben. Galater 2.20 Dazu gab ihm aber das Verderben, in welches uns die Sünde gestürzt hatte, die Gelegenheit. Die Sünde hatte uns der göttlichen Gnade beraubt. Sie hatte uns vom Himmel ausgeschlossen und uns zu Sklaven der Hölle gemacht. Auf ganz verschiedene Weise hätte uns Gott von solchen Übeln befreien können. Aber nein, er selbst will auf die Erde herabkommen und Mensch werden, um uns vom ewigen Tode loszukaufen, um uns die Freundschaft unseres Gottes und den verlorenen Himmel wieder zu erwerben. Ein Wunder der Liebe, welches Himmel und Erde in Erstaunen gesetzt hat. Wie sehr würde man sich nicht wundern, wenn man sähe, dass ein irdischer König aus Liebe zu einem seiner Sklaven selbst ein Sklave werden wollte, ja, wenn er sogar aus Liebe zu einem Wurm, ein Wurm würde. Aber unendlich größer ist die Liebe gewesen, die den Sohn Gottes bewogen hat, sich so tief zu verdemütigen, dass er aus Liebe zu den Menschen Mensch hatte werden wollen. Zitat Er hat sich selbst erniedriget und Knechtsgestalt angenommen und ist im Äußern wie ein Mensch erfunden worden. Philippa 2,7 Ja, unendlich größer war die Liebe, die einen Gott bewogen, sich mit unserem Fleisch zu bekleiden. Und das Wort ist Fleisch geworden. Johannes 1,14 7 Aber dieses Wunder erscheint noch weit größer, wenn wir sehen, was dieser Sohn Gottes aus Liebe zu uns elenden Erdenwürmern getan hat. Um uns selig zu machen, hätte es genügt, wenn Jesus einen einzigen Tropfen Blutes oder eine Träne vergossen hätte. Ja, ein Gebet des Sohnes Gottes hätte genügt, weil diese Träne, dieses Gebet, wenn es dem ewigen Vater von einem Mensch gewordenen Gott für unser Heil aufgeopfert worden wäre, unendlichen Wert gehabt und deshalb hingereicht hätte, nicht nur diese Welt, sondern unendlich viele Welten selig zu machen. Aber nein, weil Jesus uns nicht nur selig machen, sondern weil er auch noch um der unendlichen Liebe willen, die er zu uns trug, alle unsere Liebe gewinnen wollte, so hat er ein mühsames und verachtetes Leben, ja, den bittersten und schmähligsten Tod auserwählt, um uns dadurch zu erkennen, zu geben, wie sehr er uns liebt. Zitat Er hat sich selbst erniedriget und ist bis zum Tode, ja, zum Tode am Kreuze, gehorsam geworden. Philippa 2,8 Wenn unser Erlöser nicht Gott, sondern ein bloßer Mensch, wenn er unser Freund gewesen wäre, hätte er da wohl mehr für uns tun können, als sein Leben für uns zum Opfer darzubringen? Niemand hat eine größere Liebe, hat er selbst gesagt, als dass er sein Leben für seine Freunde hingibt. Johannes 15,13 Was sagst du dazu, geliebte Seele? Glaubst du, dass Jesus Christus aus Liebe zu dir gestorben ist? Du glaubst es und du kannst dennoch etwas anderes als Jesum lieben. Vor der Menschwerdung des göttlichen Wortes, sagt ein berühmter Schriftsteller, konnte der Mensch noch eher zweifeln, ob Gott ihn zärtlich liebe. Aber wie ist es möglich, noch länger hieran zu zweifeln, nachdem Jesus Mensch geworden und für uns gestorben ist? Hätte der Heiland uns auch wohl einen größeren Beweis seiner zeitlichen Liebe geben können, als dass er so viele Schmerzen, so viel Verachtung für uns erlitten und endlich den bitteren Tod am Kreuze für uns erduldet hat? Ach, wir haben uns daran gewöhnt, von der Menschwerdung, von der Erlösung, von einem im Stalle geborenen Gott, von einem gegeißelten, von einem mit Dornen gekrönten Gott Reden zu hören. O heiliger Glaube, erleuchte uns und lasse uns erkennen, wie groß die Liebe unseres Gottes gewesen, da er für uns hat Mensch werden, für uns hat sterben wollen. Acht. Was wir am meisten bewundern müssen, ist das heftige Verlangen, Jesu Christi für uns zu leiden und zu sterben. Als Jesus noch auf Erden wandelte, sprach er, ich muss mich mit der Taufe meines Blutes taufen lassen, nicht um mich, sondern um die Menschen von ihren Sünden zu reinigen und wie viel muss ich leiden, bis mein Verlangen erfüllt ist. Lukas 12, 50 Und desungeachtet wird Jesus nicht von den Menschen geliebt, sodass sie gar nicht einmal an die Liebe denken wollen, welche dieser liebevolle Erlöser zu ihnen getragen hat. Wäre es auch nur möglich, dass eine Seele, die hieran denkt, leben könnte, ohne Jesum zu lieben? Der heilige Paulus sagt, die Liebe Jesu drängt uns. Zweiter Brief an die Korinther, 5, 14 Eine Seele, welche die Liebe Jesu zu uns Menschen betrachtet, ist gleichsam gezwungen, ihn wieder zu lieben. Wenn die Heiligen das Leiden unseres Heilandes betrachteten, so entbrannten sie so sehr von der Liebe, dass sie bisweilen laut aufschrien vor Erstaunen und Zärtlichkeit. Wir haben gesehen, rief der heilige Lorenz Justinian aus, dass ein Gott aus Liebe zu uns beinahe töricht geworden ist. Auch die heilige Magdalena von Patzis ergriff eines Tages in einer Entzückung ein Bildnis des Gekreuzigten und nannte ihn einen Toren aus Liebe. Zitat Ja, mein Jesus, rief sie aus, Du bist ein Tor vor Liebe. Ich sage es und werde es immer sagen, Du bist ein Tor vor Liebe. 9 Wenn der Glaube uns nicht von der Wahrhaftigkeit und Wahrheit des großen Geheimnisses unserer Erlösung versicherte, wer könnte da wohl glauben, dass der Schöpfer aller Dinge für seine Geschöpfe so viel habe leiden, dass er für sie sogar habe sterben wollen? Wäre Jesus nicht wirklich für uns gestorben, hätte da wohl je ein Mensch es wagen können, Gott zu bitten, dass er für uns Mensch werden, sterben und uns durch seinen Tod selig machen wolle? Hätte der bloße Gedanke nicht als eine Torheit erscheinen müssen? Und in der Tat, als die Apostel den Heiden den Tod Jesu verkündigten, hielten sie es für eine Fabel und sagten, das sei eine Torheit, die ganz unglaublich sei, wie dies der heilige Paulus bezeugt, Zitat, wir aber predigen Christum, den Gekreuzigten, den Juden zwar ein Ärgernis, den Heiden aber eine Torheit. Erster Brief an die Korinther 1, 23 Ja, sagte der heilige Gregorius, es schien ihnen eine Torheit, dass der Urheber des Lebens für die Menschheit habe sterben wollen. Wie könnten wir es nur glauben, sagten die Heiden, dass ein Gott, der nichts bedarf, der in sich selbst unendlich glücklich ist, auf die Erde hätte herabsteigen und die menschliche Natur hätte annehmen wollen, um für die Menschen seine elenden Geschöpfe sterben zu können? Dieses heißt so viel, als wenn man glauben wollte, dass ein Gott aus Liebe zu den Menschen töricht geworden wäre. Aber desungeachtet ist es eine Glaubens Wahrheit, dass Jesus, der wahre Sohn Gottes, aus Liebe zu uns armseligen und undankbaren Menschen Pein und Schmach ja selbst den Tod hat erdulden wollen. 10 Und warum hat Jesus dies getan? Er hat es getan, sagt der heilige Augustin, damit der Mensch die unermessliche Liebe erkenne, welche Gott zu ihm trägt. Vor ihm schon hat Jesus selbst dies gesagt, Zitat Ich bin gekommen, ein Feuer auf die Erde zu senden und was will ich anderes, als dass es brenne? Lukas 12 49 Das heißt, ich bin auf die Erde gekommen, um das heilige Feuer der göttlichen Liebe anzuzünden und ich verlange nichts anderes, als die Herzen aller Menschen von diesen Flammen entzündet zu sehen. Der heilige Bernhard stellt uns Jesum vor Augen, wie er als ein Missetäter im Garten von den Kriegsknechten gebunden wird und ruft hierauf zu seinem Heilande gewendet aus O mein Jesu, was haben die Stricke und die Ketten mit dir zu tun? Diese gehören für uns, da wir Knechte und Sünder sind. Du aber bist der König des Himmels und die Heiligkeit selbst. Was hat dich dahin gebracht, dass du als der verächtlichste und lasterhafteste Missetäter erscheinen willst? Wer hat das getan? Die Liebe hat es getan, fährt der Heilige fort. Sie, welche keine Bürde ansieht, wenn es darauf ankommt, die Liebe der geliebten Personen zu gewinnen. Gott, der von niemanden besiegt werden kann, ist von der Liebe überwunden worden. Seine Liebe zu den Menschen hat ihn dahin gebracht, dass er, nachdem er das menschliche Fleisch angenommen, sein göttliches Leben in einem Meer von Schmerzen und Schmach verzehrt hat. Die Liebe siegt selbst über Gott. 11 An einer anderen Stelle betrachtet derselbe Heilige unseren Erlöser, wie er von Pilatus zum Tode verurteilt wird, worauf er seinen Heiland fragt, sage mir doch, mein geliebter Jesu, der du die Unschuld selbst bist. Was hast du Böses getan, dass du solch ein grausames Urteil, dass du den Kreuzestod verdient hättest? Aber ach, antwortete der Heilige, ich verstehe gar wohl die Ursache deines Todes. Ich weiß, welche Missetat du, mein Erlöser, begangen hast. Deine Liebe zu uns und nicht Pilatus verurteile dich zum Tode. Sie ist es, die dir den Todes Stoß versetzt. Aus weiter Ferne ruft schon der heilige Mann Hiob aus, Zitat, was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dein Herz zu ihm neigest? Hiob 7, 17 Was ist der elende Mensch auch nur, oh mein Gott, dass du ihn so hoch ehrest? Welch großes Gut hast du auch nur vom Menschen empfangen, dass es scheint, dein ganzes Herz sei nur damit beschäftigt, ihm Wohltaten zu erweisen und ihm die Liebe zu erkennen zu geben, die du zu ihm trägst. Der heilige Thomas sagt, Gott habe den Menschen so sehr geliebt, als wenn der Mensch der Gott dieses Gottes wäre und als wenn Gott nicht glückselig sein könnte ohne die Glückseligkeit des Menschen. Wahrlich geliebte Seele, wenn du der Gott Jesu Christi wärst, hätte er da wohl mehr für dich tun können, als so lange Jahre ein so mühseliges Leben zu führen und dann endlich eines so grausamen Todes zu sterben? Hätte es sich darum gehandelt, dass der Erlöser seinem eigenen Vater das Leben hätte retten müssen, hätte er da wohl mehr tun können, als er für dich getan hat? Aber ach mein Gott, wo ist unsere Dankbarkeit? Wenn unser geringster Diener das für uns gelitten hätte, was unser himmlischer Bräutigam für uns hat leiden wollen, würden wir ihm das wohl jemals vergessen? Gewiss sollte jeder von uns, wenn er den Tod Jesu Christi betrachtet, gleichsam außer sich vor Liebe zu seinem Heilande fortwährend mit dem heiligen Paschalis ausrufen, meine Liebe ist für mich gekreuziget worden, meine Liebe ist für mich gestorben. Zwölf was 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 bisher nicht geschehen ist, das können wir jetzt noch tun. Gott gibt uns noch Zeit dazu. Jesus Jesus für uns gestorben, sagt der heilige Paulus, damit er durch seine Liebe die vollkommene Herrschaft über unsere Herzen gewinne. Zitat Darum ist Christus gestorben, damit er über die Toden und die lebendigen Herrsche. Römer 14 9 Unser Heiland ist gestorben, sagt derselbe Apostel, damit wir von nun an nicht uns selbst leben, sondern jenem Gott, der für uns sein Leben hingegeben hat. So haben es die Heiligen gemacht. Da sie den Tod und die Liebe betrachteten, mit welcher Jesus für uns Menschen gestorben ist, haben sie es für ein geringes gehalten, aus Liebe zu ihm alles, Güter und Ehren, ja, das Leben selbst zu verlieren. Wie viele vornehme Herren, wie viele Könige und Fürsten, wie viele Königinnen und Fürstinnen haben alle ihre Reichtümer, ihre Anverwandten, ihr Vaterland, ja sogar ihre Staden verlassen, um sich in ein Kloster einzuschließen und allein der Liebe Jesu Christi zu leben. Wie viele Millionen Märtyrer haben es wie ihr größtes Glück angesehen, unter den grausamsten Peinen ihr Leben aufzuopfern? Wie viele vornehme Jünglinge und Jungfrauen haben den Verbindungen mit den Großen dieser Welt entsagt und sind frohlockend in den Tod ergangen, um wenigstens einigermaßen die Liebe eines Gottes zu erwidern, der aus Liebe zu ihnen gestorben ist? Frage dich jetzt, geliebte Seele, was du bisher aus Liebe zu Jesu getan? Welchen Beweis deine Liebe du ihm gegeben hast? Es ist doch gewiss, dass Jesus für eine heilige Lucia, für eine heilige Agatha, für eine heilige Agnes gestorben ist, er eben so auch für dich hat sterben wollen. 13 Bedenke auch noch die besonderen Gnaden die Jesus dir erteilt und die er so vielen anderen deines gleichen versagt hat. Viele vornehmer Jünglinge und Jungfrauen, viele Prinzen und Prinzessinnen ließ er in ungläubigen und ketzerischen Ländern geboren werden, wo sie der heiligen Sakramente, der Belehrungen und anderer zur ewigen Seligkeit notwendigen Hilfsmittel beraubt, armselig zugrunde gehen. Dir hingegen hatte die Gnade erwiesen, im Schoße der wahren Kirche geboren worden zu sein. Bedenke wie barmherzig Gott gegen dich gewesen, da er dir so oft deine Sünden vergeben hat. Es genügte ihm, dass du ihn reumütig um Verzeihung batest und er hat dir sogleich verziehen. Aber ach, wie oft hast du ihn wieder beleidigt und immer hat er dir von neuem mit derselben Liebe verziehen und statt dich für deine vielfältigen Sünden zu strafen, hat er dich mit den größten Gnaden Erleuchtungen und Einsprechungen überhäuft. Ja, in diesem Augenblick, wo du in diesem Bure liestest, fährt der Herr fort, dich zu ermahnen, ihn zu lieben. Was willst du tun? Wozu hast du dich entschlossen? Widerstehe doch nicht länger. Was wartest du? Willst du etwa warten, bis Gott dich nicht mehr ruft und dich verlässt? Gebet O mein geliebter Jesu, ich erkenne, dass du mich nur allzu sehr verbunden hast, dich zu lieben. meine Seele ist dir nur allzu teuer zu stehen gekommen. Gar zu groß wäre mein Undank, wenn ich etwas anderes als dich oder wenn ich einen Gott, der sein Blut und sein Leben für mich hingegeben hat, nur wenig liebte. Wenn du O mein Jesu und mein Erlöser für mich deinen elenden Diener gestorben bist, so ist es billig, dass auch ich für dich sterbe, mein Herr und mein Gott. Ich entsage der Liebe zu den Geschöpfen, deine Liebe allein weihe ich mein Herz. Dich wähle ich zu meinem einzigen Gut, zum einzigen Gegenstande meiner Liebe. Ich liebe dich, oh meine Liebe, ich liebe dich. Ja, ich wiederhole es und ich will es immerfort wiederholen. Ich liebe dich, meine Liebe, ich liebe dich. Du willst, dass ich dich sehr liebe. Du willst, dass ich nichts außer dir liebe. Ja, mein Heiland, ich will dich zufrieden stellen, ich will dich innig lieben. Dich allein will ich lieben, mein Gott und mein Alles. Stehe mir nur aus Barmherzigkeit bei und mache, dass ich dich vollkommen liebe. O meine Mutter Maria, hilf auch du mir. Du bist ja eine Ausspenderin aller göttlicher Gnaden und besonders der größten Gnade der Liebe Gottes. Um diese Gnade bitte ich dich, O Maria, von dir hoffe ich sie unfehlbar zu erlangen. Amen.